was heute nicht schon mal was gestern ist ja auch kompliziert so nun haben wir da löcher drin was ja an sich schon mal nicht schlecht ist aber mehr löcher sind besser deswegen noch mal mehr löcher ich würde mich jetzt mal ärgern wenn ich einen falsch raushaue weil so haben wir ein bisschen blick nach oben und sie kässe aus und wie ihr hört ich spiele nicht auf peaceful die mich mein schwert beiseite gepackt hat was wahrscheinlich keine gute idee war aber ich spiele trotzdem nicht auf peaceful wenn eine gute idee gewesen wäre hätte man sie zuerst haben müssen und dann auch umsetzen müssen das ist ja immer so kompliziert so so ist doch okay ja ist es so beleuchtung neverick anzünden das haben wir ja schon rausgefunden dass wir es machen wollen also wollen wir mal das entsprechende material ja das reicht ja wir können hier auch den angenudelten feuerstein nehmen genau so wo ist das glas hin glas ist hier das glas dunkel hat sich das glas abgelegt sieht einer glas bitte hier schreien der hat danke 32 reichen 32 sind das 32 lücken hat einer von euch mitgezählt natürlich nicht ob ich das wieder ausprobieren also mehr als 32 auf jeden fall gefühlt sind es mehr naja für eine reihe vielleicht gucken wir brauchen wieder sand können wir wieder drüben in die schneewüste gehen verdammte scheiße ähm ich bin weg nach der unten toten enderman rum ist ja alles genauso wie wir es haben wollen so ist der creeper immer noch hier oben ne ja 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 kam der denn jetzt auf einmal wieder hier ah das brauche ich den ganzen scheiß den ich beiseite gelegt habe so hier hier mal freilegen das ist hier echt noch ein bisschen anders machen da oben stehen noch welche rum dann die waren draus das ist auch schön so nicht schön aber selten ne da war schon immer unser motto hier unten wieder durchrennen wahrscheinlich jede menge creeper also diese creeper spawn rate inzwischen echt gruselig hier hier ein geheimgang zugemacht hier jetzt mal sehen wo du bleibst so das können wir hier auch noch abtragen ja das heißt wir können das hier auch noch abtragen ein Berg so als ungeschliffenen roh diamanten sehen die mir mit der zeit die form geben die er dann haben soll unserer welt so viel müssen wir eigentlich wegnehmen ja tschüss den 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 so da ist es aufgesetzt das sieht doch gut aus das sieht doch gut aus brenne hm so na geh weg so so da oben ja das müsste man von hier aus wieder da was hoch äh nein da wollte ich nicht hin von hier aus da wieder was hoch bauen na das wird schon das wird schon aber wie ich fürchte wird es erst in der nächsten Aufnahme ne weil ich bin ja jetzt schon echt lange wieder also echt lange dabei schon fast zu lange für mich hier tropft es immer noch ein bisschen durchs Dach bisschen können wir noch korrigieren diesen Zustand aber gleich ist vorbei ok ja also so wird es dann irgendwann mal aussehen hier schön mit Wata Wata und so da haben wir den Berg schon hallo was war denn das jetzt ja mach mich an dem Lack so ja ist doch schön mein Gott gibt Schlimmeres definitiv aber es ist hier scheiße noch mit der Treppe ich muss die anders führen ähm die sitzt sowieso noch kacke vielleicht baue ich die komplett nochmal zu ähm auf jeden Fall danke ich euch und äh für ausklingende Gedanken und ähm den Ausklang des ganzen hier habe ich mir auch was Neues und so deswegen machen wir das jetzt einfach mal aus ich hätte es jetzt noch ausfaden aber nein können will es aber eigentlich nicht tun so genau ah schön ne also der Ausblick des Ganzen wir haben heute geschafft wir haben diesen wunderbaren wunderbaren wunderschönen Übergang geschaffen den wir uns jetzt nochmal von unten angucken ich versuche das Ganze jetzt mal in ein zwei Minuten zu pressen und schneiden werde ich es nicht da habe ich keine Zeit aber ja schieß mir den Rücken wie ich gewohnt von dir böses böses Ding na hallo Enderman so hier sehe ich die Dinge kommen ui wenn ich nicht selber runterfalle na da hier rein stelle na komm geht doch geht doch jetzt muss das da drunter noch ein bisschen burgiger werden dass der Gang so sieht gar nicht mal also er ist ziemlich klotzig das gebe ich zu aber es passt es passt es passt schon irgendwie ja 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 brenne brenne du auch mein Freund ui au ich habe gesagt brenne nicht explodiere ach man jetzt habe ich hier wieder äh ey diese Creeper Sprengstellen hier gehen mir echt aufm Senkel bin hier nur noch am flicken mein Eingang das waren alles Creeper naja dann habe ich irgendwann die Burg zin so wie ich sie handle so gehen wir wieder rin gucken wir uns nenhum von einer anderen Warte aus an aber ja, sieht eigentlich sieht es ganz gut aus auch mit dem schönen mit dem schönen Rand drumherum ui es wird auch zu regnen endlich z Ja, hier drunter, das baue ich dann anders. Das muss ich umbauen. Das muss dann umgebaut werden, definitiv. Der kommt noch weg. Kann auch noch weg hier. Überhangiger. Ja. Doch, 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 doch. Sieht doch aus, oder? Sieht doch aus. Auf Dauer nervt die Musik ziemlich was. Naja, gut. Dann will ich euch nicht weiter strapazieren. Jedenfalls eure Nerven nicht. Eure Geduld vielleicht schon, weil es geht bald weiter. Wann bald sein wird, werdet ihr bald rausfinden, wenn dann bald eingetreten ist. Mehr kann ich dazu leider aktuell nicht sagen. Also, bis zur nächsten Aufnahme. War wieder mal schön. Und das sieht doch gar nicht mal so verkehrt hier aus. Da oben kann man jetzt auch schön weiter bauen. Ach, das wird herrlich. Das wird herrlich hier. Herrlich, Herrlichkeit. Ah ja, und mit 7x7 ist auch gut. Dann kann man hier eine Wendeltreppe rein. Genau, dann reißen wir die Treppe hier raus und machen eine Wendeltreppe. 7x7. 7x7 ist doch gut. Das heißt, die Stufen sind dann nämlich mit Außenwänden 2 breit. Und genau, weil Außenwand 2, Mitte, 3, ja, 7. Könnte klappen. Wendeltreppe extrem. Bauen wir den hier ein von oben und so. Mal gucken, ob wir das alles hinkriegen. Und dann endet die da oben und hier zwischen Etage und so. Also, den Stil hier müssen wir dann noch abändern zu diesem da. Wenn man es Stil nennt, vielleicht machen wir hier unten dann auch... Ach, ich weiß es noch nicht. Wenn euch was einfällt, schreibt es doch mal wohin. Natürlich, in die Kommentare. Naja, ihr kennt das ja. Ihr kennt das ja alles. Also würde ich sagen, bis es wieder heißt, Planlosigkeit, Klötzchenform und so weiter. Gehabt euch wohl. Bye, bye. 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 Vielen Dank.